Ihr wisst ja, Maris ist zur Saudi-League gewechselt und seine Frau hat sich dazu geäußert, dass sie als die Nachricht kam, sie angefangen hat zu heulen und so. Heißt, sie nicht nach Saudi ziehen will. Sie sagt, sie will zu Hause bleiben, I wanna stay home, blablabla. Maris sagt, so ist das Leben halt. So auf den. Oder über was beschwert sie sich? Sie will zu Hause bleiben. Maris verdient in der Saudi-League 52 Millionen pro Jahr. 52 Millionen pro Jahr. Er verdient in der Woche. In der Woche. In der Woche. Eine Million. Wisst ihr, was ich für eine Million in der Woche machen würde? Sie wollen nicht wissen. Sie wollen nicht. Wie kann die noch rumheulen? Nimm mich mit, Maris. Ich mach alles, was deine Frau auch macht. Nimm mich mit. Die Sohn zu Hause. Soll ich jetzt den Lambo fahren oder den Bugatti? Ich hab schon Bock auf die G-Klasse. Ich geh mal ganz kurz in den Pool. Dann holt die noch rum. Diese Gehaltsabrechte auf den Tisch. Meine Hose ist unten. Die ist unten.